Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Agony, nachdem ich im letzten Part richtig verkackt habe. Ist mir noch was eingefallen Leute, wenn ich hier vorbeikomme an den Hansel, könnte ich doch F drücken. Boah, ich habe ganz vergessen wie krank das ist. Ich habe versorgt das irgendwie. Nein! Hängt schon wieder gut an. Warte mal. Halt, 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 halt. Komm schon, komm schon. So. Jetzt ist er wieder nicht mehr hier. Oh, da läuft er drüben. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Ich muss erstmal wieder kurz überlegen, wie das so war. Und hier kommt doch immer diese Tussi eigentlich. Wirklich. Oh, sie kommt schon, sie kommt schon. Wow. Hä? Wieso kann ich hier nicht rein? Boah. Boah, die habe ich gerade nicht gesehen. Aus irgendwelchen Gründen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das wird knapp. Oh, mein Gott. Ich habe es ja ein paar Mal. Ach, guck mal, wo er hin zeigt. Nein, ich kann hier hochklettern, tatsächlich. Und ich kämpfe mir den Arsch, wo du verzweifelst an diesem Level. Freund oder Feind? Was machst du mit diesem Monstern? Oder wo finde ich die rote Göttin? Ich frage mal, weil da die rote Göttin wo ist. Oh, scheiße. Habt ihr das gelesen? Nein! Okay, das komme ich mir nicht weiter an. Der benutzt die als... Naja. Das ist mir ein bisschen zu crank. Warum kann ich den hier nicht benutzen? Ach, da ist so ein Spiegel. Wo komme ich jetzt hier runter, ohne runter zu fallen? Ach, ich muss jetzt mal ducken. Was ist das hier? Ah, wieder so ein Pergament. Ich war nicht imstande, mich der Wut dieser Primitivlinge, die die verkohlten Leichen ihrer Kinder entdeckt haben, entgegenzustellen. Ihre wutentbrannten Stimmen erklangen zwischen den Mauern der Stadt und wuchsen unaufhörlich an. Diese Narren haben sich gegenseitig beschuldigt und versucht und verzweifelt, den Schuldigen dieses Grauens zu finden. Ich habe ihnen geholfen, indem ich die Überreste ihrer Kinder vor dem Haus verteilte. An die Tür malte ich die Gestalt des Dämons, der mir als erster die Hand reichte. Sie haben ihn in seinem eigenen Haus wie Tiere zerfetzt und gezwungen anzusehen, wie sie seine toten Kinder vierteilten. Er wird einmal ein Märtyrer werden, dessen Tod einer höheren Sache dienen wird. Dieses Spiel ist so krank. Sie sind so krank. Sie sind so krank. Sie sind so krank. Sie sind so krank. Ich glaube nicht, dass ich dich nicht in diesem Ort bin. Ich kann mich nicht in diesem Ort selbst selbst nicht. Okay, die sind irgendwie alle versteinert worden und zeigen irgendwohin. Wir gucken mal gleich, wo die hinzeigen. Vielleicht ist das ein Hinweis. Male das Siege der unschuldigen Sünder. Ach, ist das auch wieder das Gleiche? Hm. Okay, das ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, macht ja auch gar keinen Sinn eigentlich. Hier sind Siegel. Okay, gibt es hier noch unterschiedliche? Ja. Okay, deswegen zeigen die hier anscheinend überall. Ob da drüber auch noch Siege sind? Ja, auf jeden Fall. Boah, wie viele Siege wir jetzt haben. Das sind jetzt alle ausprobieren. Hm. Ist es dann das? Nee, wie kann ich mein nächstes Siegel denn auswählen? Linie mal. Zurücksetzen. Hm. Das sieht ja auch nicht aus, als wenn das hier hinpassen würde. Hm. Hat er jetzt einfach das letzte Siegel genommen? Das ist ja auch doof. Wie kann ich denn die Siegel durchschalten? Das stimmt tatsächlich. Das war das letzte, was ich hatte. Achso, muss ich jetzt hier klicken und dann da malen? Das kann natürlich sein, dass er sich immer nur das letzte einpregt, ne? Was ich gar nicht alle merken kann. Okay, das ist ja blöd. Aber das Kreuz wird es doch. Das muss ich alle ausprobieren. Wir machen es einfach. Okay, wäre ja auch zu einfach jetzt gewesen. Mal gucken, was könnte denn da reinpassen. Ich hoffe, wir machen es jetzt hier richtig. Ich weiß es nicht. Nee, das ist es doch auch nicht. Okay, die ganze Zeit. Er macht hier voll radaut. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Okay, also das ist es auch nicht. Hm, dann testen wir jetzt einfach mal alle aus. Ist auch blöd, dass ich nicht mehrere merke, aber das wird es doch auch nicht sein. Doch, das ist es tatsächlich. Tatsache. Ah, Leute, wisst ihr, wo wir sind? Wo wir beim letzten Part festgesteckt haben. Okay. Aber hier kommen wir doch gar nicht weiter. Das weiß ich doch. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wie wir hier jetzt weiter... Moment, toll, jetzt haben wir die Tür auf. Wir sind schon mal ein Stückchen weitergekommen. Hier hoch kommen wir nicht, weil da zerballern uns diese Piekse-Fiecher eigentlich. Oh, das schreckt mich nicht so, Mann. Genau, hier stand ich schon mal. Ah, ich kann hier echt rumklettern. Mit dem Looping. Krass, und jetzt? Oh. Ich habe das alles letzte Mal nicht gesehen. Oh, verwirrend. Oh, hier geht es aber weiter runter. Hier ist es weiter unten, ne? Es ist sie, die uns Leben, Tod und Schmerzen. Es ist sie, die uns unsere Nachtmärchen besitzt. Und es ist sie, die sie aufhört. Guckt ihr gerade hierher? Wie Sokobus? Alles gut bei dir? Alter, jetzt, wo man die Briefe gelesen hat und versteht, dass die das machen, um sie zu beeindrucken und auch so alles organische Menschenteile hier basteln. Das ist irgendwie nochmal zehnmal kranker. Okay. Als ich in den Keller ging, bemerkte ich einige Wahnsinnige, die ihren eigenen Urin tranken, um erneut das glückselige Gefühl von Soma zu spüren, welches denen in den Gemächtern tafelnden Priesterinnen von der Mutter geschenkt wurde. Was bewirkt, dass sie so verzweifelt begehren? Vielleicht sind es die von der Göttin geborene Erde, die Pilze und das Blut, die den Hauptbestandteil des Aufgusses ausmachen, der das fehlende Element ist, um ein Gebet zu verstärken. Wer weiß. Aber anscheinend war es gut. Nein! Wer ist das? Und jetzt? Run! Verdammt, nur wohin? Verdammt! Ja, wo bin ich jetzt? Ach komm, ich verlieh die Orientierung. Wann, der hat was in der Hand, bin ich. Stecken wollte ich mir jetzt eigentlich nicht. Ich wollte mir das ja snacken. Hier läuft doch wieder irgendeiner. Gibt der das nicht aus der Hand? Hihi, guck mal, die Beine wackeln sogar, wenn ich gegenlaufe. Ich will das haben. Gib's mir. Gib's mir. Was ist es mir geben? Warte. Dann, greppier. Okay, von da bin ich jetzt gerade gekommen. Also ich denke mal nicht, dass wir da wieder hin müssen. Sieht aus wie ein Gefängnistrakt hier schon wieder. Willst du irgendwas machen? Oh, hier kommt wieder so'n... Oh, hier liegt was. Okay, es scheint nicht hier lang zu kommen. Nein, 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 nein. Wo kommt jetzt hier her? Mit einer Verstecke. Geht hier jetzt um, oder kommt die hier her? Oh, Sniper. Ich würde jetzt aber hier versuchen, weiterzugehen. Okay, wenn sie nach links ist, gehen wir jetzt leise nach rechts. Ach, nicht doch. Warum dreht sie denn wieder um? Warum? Warum du tun? Ist auch nicht wirklich zum Verstecken. Vielleicht, wenn sie mich doch irgendwie erschnuppert hat, oder so. Das kann natürlich sein, wenn die ja hier auf Geräusche und auf, ähm, wie sowas alles achten. Und visuell vor allen Dingen. Ach, guck mal, hier können wir doch ne Klamme... Damit können wir sie ablenken, irgendwie. Können wir nicht sogar die Typen hier befreien? Morgen. Das kann man abfackeln. Mach das jetzt einfach mal. Okay, da geht's nicht, verlässt nicht vor. Komm her, komm her, komm her, komm her. Vielleicht ist das ja jetzt auch hier der richtige Weg. Warte, ich drück mal F. Ja, tatsächlich. Nice one. Boah, das sieht ja auch fies aus. Was sind auch alles diese Fliegen? Wir holen mal ab hier. Ich hab keinem ab, wie da Schaden zu füllen. Das bewegt sich sogar. Was denn jetzt? Oh, 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 wie lege ich das nochmal ab? Wie lege ich das nochmal ab? Ah, tja, nein. Verdammt, war hier irgendwo einer? Ey, Jungs, mach Platz jetzt hier. Ich muss hier durch. Ist doch gar keine Seele, die ich mir holen kann, oder? Oh, hier war noch ein Hinweis. Scheiße, echt jetzt? Oh, das war ja gemein. Doch, vielleicht hier oben? Ja, Quatsch nicht. Bin sauer. Auf dampfen wir erstmal. Okay. Also erstmal. Okay, also ich. Hier sind wir durch. Hier sind wir raus. Hier sind wir hochgeklettert. So. Dann sind wir hier langgegangen. Genau, hier sind wir lang. Dann sind wir hier nicht irgendwo durchgegangen. Das ist falsch in Erinnerung. Äh, 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 äh. Da haben wir das Ding vom Cockpit gezogen. Das weiß ich nur. Ah, hier ist wieder so ein Bild. Das haben wir vorhin gar nicht gemacht. Was, sind wir hier nicht irgendwo langgelaufen? Das ist so falsch in Erinnerung. Oh, da sind wir da rein. Wie mach ich denn das mit der? Ich muss gleich nochmal gucken, wie man die Fackeln wegwirft. Ja, damit kann ich sie ja ablenken, dass sie nach links geht, vielleicht. Jetzt hab ich's Erwa. Ah, ich weiß nicht, wie man die Fackel wegwirft. Steuerung. Interaktion. Wer für ein X war's? Vielleicht funktioniert das ja, dass sie jetzt zur Fackel geht, wobei sie so... Oh, da war noch was, was ich mir ein bisschen snacken kann, scheiße. Da war auch ganz schnapp, wir haben nicht geworfen. Oh, sie geht hin. Das ist Hamel. Ach, komm. Scheiße, 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 hier mal ein Speicherpunkt. Scheiße, ist sie noch hinter mir her? Bestimmt, ist nicht zu verstecken. Ist sie noch hier? Ja, irgendwo, oh, verdammt, wo war sie? Da. Lauf doch mal schneller. Oh nein, wenn er gehittet, das macht er einfach gar nichts. Vielleicht krieg ich den noch. Okay, irgendwie ist sie verschwunden. Good for us. Oh nein, ah, die Fliegen tun mir hier weh. Oh, ich kann das nicht lesen. So, rechts oben saß diese blöde Hexe. Jetzt habe ich das Ding getroffen. Oh, ich muss an der vorbei. Ach, du heilige Scheiße. Ja, und jetzt? Und jetzt? Links, rechts. Oh. Nein. Na, warte mal, oben war auf jeden Fall eigentlich einer. Aber hier vorne der Speicherpunkt ist sogar ein Dichter, oder? Ich komme hier gar nicht hoch. Na gut, komm, gib's mir hart und dreckig. Oder vielleicht von vorne noch Menschen, ne? So weit habe ich ja gar nicht geguckt. Das wäre doch vielleicht der Weg gewesen. Um an der blöden Kuh vorbeizukommen. Was mache ich? Was mache ich gegen die? Die sitzt oben rechts. Wenn ich nach links gehe, ist eine Sackkasse, so wie es aussah. Ich könnte sie mit einer Fackel ablenken. Das werde ich... Das werde ich tun. Und diesmal ein bisschen besser als davor. So, das Ding können wir nicht lesen, weil wir sonst zerstochen werden. So viel ist mir das jetzt auch nicht wert. Ach so, warte mal. Feuer. Siehst du, ich wollte Feuer mitmachen. Kann ich damit doch die Fliegen bekämpfen? Keine Ahnung. Kann ich euch erzählen, was ich an mir eine Porno ansage? Oh Mann. Die dunklen Gänge des Kellers, die sich unter dem Tempel Inanas erstrecken, scheinen kein Ende zu nehmen. Das Ritual musste genau hier vollzogen werden. Die Verurteilen von denen, die Mutter Blut schöpft, werden dieses Mal zu etwas wirklich Großem nützlich sein. Ich füllte die Schüssel mit ihrem Urin und nutzte das Blut aus ihrem Herzen, um die sieben Gefäße im Kreise der Inana zu schließen und ihr so Respekt und Vertrauen zu zollen. Ich weiß jedoch, dass sie mir keine Gnade zeigt, wenn ich ihr nicht die Seelen der verdammten Opfer habe. Ihr Blut hörte erst auf zu fließen, als das Feuer sie endgültig verzerrte. Als das Ritual vollzogen war, zeigte mir die Götte mit ihrem göttlichen Schein den Weg, damit ich zu ihrem Ruhm mächtiger werde als Menschen und Dämonen. Was ist denn das hier? Kann ich was nennen? Hier fehlt etwas. Okay, hier ist ein Kopf drin. Hier fehlt auch etwas. Oh. Ob ich das vielleicht anzünden kann? Okay, das ist es schon. Das kann ich auch nicht wegschmokeln. Ah, hier ist ein Kopf. Aber es waren ja so viele Dinge, die gefehlt haben. Objekte. Objekte. Okay, das war jetzt eine. Also gibt es hier bestimmt noch, da kann man die irgendwie kaputt machen. Also liegen hier bestimmt noch mehr Köpfe rum. Irgendwo versteckt. Seht ihr das Vieh da hinten? So, vielleicht wollen wir eine Dings loswerden, wa? Okay, das ist irgendwie eine andere Dimension. Ah, hier ist noch ein Kopf. Also ist halt erst nur in jeder Dimension ein Kopf, weil da hinten rennt dieses Vieh rum und ich möchte eigentlich nicht von dem getötet werden. Okay, es scheint echt so. Ich gucke mal, ob ich wieder durchgehen kann. Okay. Okay, jetzt geht's mal. Okay. 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 Okay, okay. Okay, Tora ist glaube ich gerade aufgegangen, oder? Habe ich mir jetzt noch anguckt, hat die Freunde so geleuchtet. Guck mal ob wir jetzt da durchgehen können, ich hoffe, ich hoffe es ist richtig, huuuh, kann man jetzt hier echt nicht weiter, nein, moin, und bei dir so, hast du einen Ausweg gefunden? Kann man dir helfen, was genau machst du hier, was hast du über die rote Göttin, ne, wir machen, was machst du hier? Okay, meine Lieben, ja wir sind mit dem Part auch schon durch, äh, von Eggen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn es euch gefallen hat, puuuh, Däumchen nicht vergessen, und wer es nicht getan hat, kann man mich auch super gerne abonnieren. Wir sehen uns, bis dann, euer Fiskun, haut rein.